Ich bin June von Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin 19 Jahre alt und Berlinerin. In die Politik gegangen bin ich damals, weil bei uns in der Schule die Turnhallendecke getropft hat und ich das verändern wollte, weil kein Desperr-Unterricht nicht mehr Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mitbekommen, dass es nicht nur das eine Problem war, sondern sich immer mehr aufgetan haben, wo man hingeguckt hat. Und nicht nur diese ganz konkreten Sachen, sondern auch irgendwie das Leben in der Stadt für alle wieder zugänglich machen, sind Themen, die mich interessieren und die ich verändern will. Und die zwei Themenkomplexe, die da sind, sind ja soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und die sind bei Bündnis 90 Die Grünen die Kernthemen. Und deshalb bin ich zu der Partei gegangen. Und warum man mich wählen sollte, ist vielleicht, weil ich ein junger Mensch aus Berlin bin, der sich für Berlin einsetzen möchte und junge Politik machen will. Und dann bin ich bei Bündnis 90 Die Grünen.